Die Mannschaft von damaliger Trainer Peter Herrmann und er hat sie folgen der Elf Lümmingend. In Tournament Nr. 1, Michael, mit der Nr. 2, Julian, mit der Nr. 4, Julian, mit der 7, Oliver, unsere Nr. 11, Axel, mit der 13, Anna, mit der 15, Lukas, mit der 20, Schuhl, die 29, Alexander, mit der 37, Ilas, und mit seinem Startdebüt, die 39, Emma. Zulichst auf der Bank nehmen wir Platz für das Tor, die Nr. 19, Lars, mit der 5, Christopher, die 6, Kevin, mit der 18, Mathis, die 33, Dieke, die 34, Christian, und die 35, Fabian. Das Spiel wird geleitet vom Hauptschiedsfischer Dr. Felix Fröch, seine Assistenten Stefan Lump und Thomas Schnapper an der Seite, und Offizieller ist Marcel Schütz. Hallo. Hallo. Wir haben gerade nichts zu tun, so wie jeden Tag. Schon mal sitzt man die Konfer, und der erste Schlag ist dann an. Wir sind hier an, weil es keiner mehr steht. Es ist die Weisdunze, auch genau, und tausend Farben sehen. Wir sind hier in der Regel, in der Schöpfung, die beiden sind hier in der Welt. Du bist der Tag der Tag, du springst, was der Tag wird. Komm, du, Peter, was schwebt mir deine Zeit. 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 Ob Rettmann oder Stadion oder Arbeiter, wir sind immer an, und, 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 es hat noch frei, ja. Man kann uns nie geworben, und wir werden uns nicht gut an. Schaut euch an, und, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020